Willkommen zurück zu Mario & Luigi Abenteuer Bowser. Ja, und wir sind jetzt im Untergrund und weswegen ich auch immer den Stadtbildschirm jetzt aufgenommen hab. Oh ja, wir sind im Untergrund. Ja, ja. Dann heil mich mal eben kurz, bitte. Hm. Bekleidung natürlich. Bekleidung natürlich. Kaufen. Hm. Hm. Oh yeah. Okay, gucken, ob das passen zu von Geld her. Oh ja. Okay, wir können gehen. Ja, klar will ich ne Bonuskarte. Und ich sag mal, ja. Glück gehabt. Oh Mann. So, neue Blockkatzen sind hier. Nein. Oh. Meine Güte, Alter, warum kann ich einfach mal alles klappen. Danke. Hm. Okay. Oh Gott. Eine Explosion. Hm. Wo sind wir? Oh, das war jetzt Zufall. Hm. Aha. Da sind doch schon die neuen Gegner mit der Blockkatze. Showtime. Showtime. Okay. Hm. Gib mir bitte ne Blockkatze. 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 Danke. Oh ja. Oh ja. Greener Panzer. Oh, yeah. Oh, yeah. Get her. Glück gehabt. Hm. Scheiße. Stirb. Okay. Du lebst noch? Er lebt noch, Leute. Er lebt immer noch. Okay. Okay, es war ein bisschen laut. Nachtaufnahmen sind meistens nicht sehr schön für die Nachbarn, aber für uns schon. Oh, yeah, Bowser, es ist schon Level 14. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist brillant. Nein, wollen wir mal nicht so abgehen. Äh, wartet mal. Ich hab die Shark-Route gerade eben nicht benutzt, ne? Hier gab's keine weiteren Gegner. Ähm, irgendwie. Hilf mir einfach mal. Wenn ich... Wenn ich eine Blockkanze vergessen hab, dann sag's ich mir einfach. Weil ich weiß nicht echt nicht, wo alle sind. Hm. Dsch. Dsch. Okay. Hm. Na super. Dusch. Okay, wir nehmen erst den... ...den hier. Ein Gegner? Das kannst du laut sagen. Hm, wow. Okay. Alle in meinem Magen. Oder im Bausaufmagen. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, ja. Ein Scheiß-HP. Punkt. Das ist doch nicht wahr. Luigi macht sowieso nichts aus, wenn er getroffen wird. Oh, yeah. Oh, yeah. Geht doch. Okay. 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 Wollen wir es mal ein bisschen verkürzen? Ja, wollen wir. Geht doch. Haben wir es ein bisschen verkürzt. Ah, fuck. Oh, yeah. Einmal ein Schlag in die Fresse. Und damit haben wir gewonnen. Und kurzer Cut, Leute. Okay. Zwei Blöcke. Steinpanzer. Und hundert Münzen. Hm, hm. Habe ich mir doch für die bessere Wahl entschieden. Oh, yeah. Ah, die goldene Mitte. 50 Münzen. Aha. Lass mich bloß in Ruhe. Kein Bock auf dich. Hm. Das war für die. Macht noch nicht. Wir werden mit dem, wenn wir einen Gompressen coverhen. Ja, genau. Ich costan, wenn Sie meine Pf presse dieser Gompat und geht nicht mal ganz kof den Gompat und in der Hauptbahn principle!